Ich bin Lina Schad. Ich habe die letzte Seite gemacht, unter anderem auch das Augenblickbild. Für das sind wir hinterher in Rüttiger runtergefahren in Ohmstall und haben dort eine Familie besucht, die gemostet hat. Weil ich schauen wollte, was der Journalist so macht. Und weil ich denke, dieser Beruf könnte auch etwas für mich sein. Mir hat gefallen, die Familie zu besuchen, weil sie sehr sympathisch war und das Bild zu schiessen. Zudem habe ich die Wetterprognose erstellt, die ich auch sehr cool gefunden habe. Und etwas kann ich euch verraten. Die nächsten drei Tage werden sonnig.